wir müssen hier vor allen dingen auch wieder neu beanspruchen alles in der umgebung hier ist direkt ein mobilfunk mast bei uns aber der kostet auch 400 muss mehr zombies töten hier sind ich gerade am veräppeln also ja ja du gleich die armenbrust auspackst deswegen ich muss noch ein 8er packt oder das also rucksack nein ich hätte auch gern mal ein ach so du hast auch keinen also ich habe jetzt noch benzin hier sollen wir dann diese herde aber ja warte mal aber ich glaube ich habe aber keinen größeren ich hatte nur einen kleinen 6 warte mal 6 ich habe ein 7 das auto ist jetzt ziemlich zuerst welchen soll man doch mal was ist mit dem butcher ich habe ein 7 da was hast du denn für einen sechser oder ja dann warte nehme ich den 7 daraus dann hast du zumindest einen platz mehr hier ist auch noch der hat einen kleinen kommen der hier da musst du den anderen am besten direkt erst mal weg tun wieder bevor wir fahren dass wieder den platz frei denn ich nicht schaufeln und kann sich jetzt hier soll ich das per kit mal holen ja ich wollte gerade sein das auto immer reparieren okay die tür ist zu also du sollst das lager vergrößern kannst du das noch nee ich habe keine irgendwas fehlt dann kann ich mal danach gucken ach so ich bin ja draußen wir können auch die werkstatt nutzen dachte ich für das auto sicher weil man kann irgendwas oder von sag mir erst mal was du für das lager brauchst ne da kannst du nur verbessern verbesserungen kannst du machen hier steht da am auto ja das stimmen ich weiß aber immer noch was raus Feinabstimmung, Tuning können wir machen, das könnte ich machen Fahrzeug, ne Tarnung also brauche ich nicht gucken damit wir das lager erweitern können warte warte ich komme, Karosserieverstärkung könnten wir machen das könnte ich machen ich alles gar nicht ich mach das mal ich glaub die kriegen das jetzt alle oder er produziert es halt es dauert aber boah ist das hell ähm ich guck mal mal ich meine aber ich konnte das lager nicht auf ich konnte das lager nicht aufwerten darum ging es ja seit 10 minuten äh doch warte mal nein ich kann kann ich nicht machen weil mir das wissen über das wissen fehlt mir über das wissen ja das heißt was das buch reißt wissen über konstruktion so heißt das buch aber es ist ein buch ja nein ich kann nicht mehr aufwerten ja geil hätten wir jetzt ne kampftrainingsanlage gebaut dann hätten wir gesundheitsbonus machen können mit dem handelsset was ich eben geholt hatte was macht ihr denn hier? ich hab ein schmieriges automagazin achso ja das hätten wir machen können jetzt das automagazin ne das oder was ich bin im auto ich bin im auto ja das ist ein buch achso ja achso kommst du mit? wenn ihr mir mal sagt ob wir das benutzen ja die sind direkt hinter uns wir können auch hingehen warte mal die sind direkt hinter uns 52 meter sollen wir da nicht hinlaufen was ist hinter uns? hinter uns diese zombies da dieser achso also so how come the government didn't get that cure was baust du jetzt ab? äh die sitzecke die sitzecke hey hattest du doch ganz am anfang abgebaut hier hattest du doch noch gesagt äh können wir ja abbauen weil auf der anderen seite kommen wir ja über 2 nein 2 ja aber wir kommen ja auch über betten da dran ich dachte wir brauchen die wegen dem äh wechsel auf die anderen charts aber wir können ja über betten ja und dann hattest du gesagt nee das können wir über die betten machen dann baue ich das hier ab das war das letzte was ich mitbekommen nein ich dachte eigentlich das wäre weg gewesen hier ja es waren 2 auf der seite war eine sitzgruppe wo die betten sind jetzt ja habe ich ja gerade gesagt ja und hier war noch eine und die baue ich jetzt auch ab damit ich gucken kann was ich noch war ja das hattest du vor einer halben stunde auch schon mal gesagt dass du die abbaust deswegen habe ich ja gerade zweimal gesagt äh ich dachte die wäre schon weg nein ich habe gesagt die können wir dann abbauen wenn wir was brauchen 1 2 in der küche war auch immer was glaube ich ne 3 4 5 hier guck mal auf der auf der karte seht ihr auch bei den wohnwagen hier die ähm potenzielle ressourcen irgendwie ich sehe gar nichts achso moment äh hinter hinter unserer base sind doch 4 wohnwagen und 5 6 wohnwagen ja ganz oben sehe ich das bei den anderen nicht wahrscheinlich kann man die und das haus auch noch ja und rechts ist noch einer weil der ort ist nicht sicher permanent schutz und 2 betten ja aber das haus bringt uns ja nichts wir müssen wenn dann den funkturm unten machen der ist wichtig ich frage jetzt was kann man die zerlegen diese wohnwagen oder was dann kann man da unten ist noch ein wagenstellplatz ne da ist auch noch potenzielle ressourcen boah das dauert lange 2 minuten bauer noch zum zerlegen also dann geh ich so lange mal da unten hin ich hab da jetzt nichts drin ne nein hat niemand gehört ach das ist das wo ich eben schon nachgucken wollte wenn wir doch der aussicht mobil funken machst da könnte ich noch hingehen aber ich habe nur kostet kann ich nicht beanspruchen weil ich nur 125 sterne habe da steht ein zwerg drauf 400 hier ist noch was blaues im schuppen so ein gartenzwerg zwei blaue sachen und eine gelbe in dem kleinen nicht in einem riesigen haus hier also in der schau 3 zombies 4 erstmal eben ins haus also die dieses essens vor macht jetzt einmal lebensmittel pro tag keine ahnung was das heißt für alle dann es wäre dann okay eigentlich wow this is useful ah ich glaube ich hab äh nahrung wieder für alle coast is clear hier ist auch noch gelb also hier ist noch ganz viel für euch drin kann man hast du doch schon alle gelootet hier ja ich kann ja nicht die Sachen von euch looten nein ah hier ist jetzt something ah wieder neue Klamotten Feuerwerkskörper geil ultra leichter ach so sind die normalen aber ich habe wieder Samen gefunden irgendwie ich finde immer nur überall Samen ich weiß auch nicht na ich hab da war doch noch was aber man kann nicht reingehen man kann nur vor die Tür gucken das glaube ich nicht ja ne du kannst reingehen kann nicht rein ne in die Wohnwagen kommt man auch nicht rein ach so ich dachte ihr holt jetzt den Luxen Blut hier ab weil das so viel war flasche mit schlechten rum welchem Blut wo oben bist du wo ich die ganze Zeit von rede ich habe euch die Farben ja jetzt die ganze Zeit gesagt gehe zurück zum Host hä du bist zu weit weg ich werde so jetzt angekettet was soll denn der Schwachsinn du bist zu weit weg ja aber du bist zu weit weg ich bin hier ein paar Meter runter gelaufen von euch ich bin nicht weit weg ich geh mal erstmal meine Zeug weg bringen eben äh ok ein paar sind irgendwie auf dem Dach bei uns gehen hier ab also ich lauf doch mal alleine hier in die Hölle aber die Base ist wieder fröhlich also steht wieder auf sind die jetzt alle hin? kann das sein dass irgendwelche äh Zombies Zombies das draußen hört sich so an ne? das müsste man ja auf der Map sehen da ist aber nix ne oben ist einer ja in der Scheune selber ist auch noch blau nein jetzt habe ich das reingemacht nein das Scheune selber ist nur das eine blaue die ganzen gelben und so sind in der Kleidung im Haus ähm ja ich habe hier noch ein externes Ziel habt ihr das auch? Mediziner erste Hilfe? ja das hatte ich ja vorhin gesagt das ist dann der anderen Base da oben gewesen wo wir vorher waren in der Nähe ja genau da müssen wir noch komplett da hochfahren wieder ja so weit ist es ja nicht also hier ist ein Fluss ich verstehe aber trotzdem immer noch nicht wo wir eine Wasserversorgung herkriegen sollen der geht mal zum Anführer ne? naja das hatten wir gestern auch schon das hat er irgendwie nicht hingekriegt das kommt immer wieder ne ich muss einen wahrscheinlich auswählen oder was wird da ein kommen ne darum geht es ja hier in der Scheune ist auch alles noch blau und gelb hier sehe ich nix boah das ist ganz viel gelb hier wieder äh hast du hinten die drei äh kontrolliert? nein bist du jetzt eigentlich ein Mann oder eine Frau mit den kurzen? eine Frau oder? es ist eine Frau ja ja so von hinten siehst du aus wie ein Mann irgendwie ja die ist auch irgendwie da ist ja eigentlich mehr Mann als Frau das ist ja so ne Soldatentante okay ich komme hier also Lars wenn du hier gelootet hast können wir direkt weiter ja ich ja ja ich warte mal im kleinen hier da war was blaues glaube ich ein Baseballschläger oh ich kann wieder nix mitschleppen deswegen habe ich mich spezialisiert ja hier ist was blaues oh das ist gut mit Materialien habe ich ein Ziehenkanister ich bin wieder voll ja das ist schlecht du musst dich auf jeden Fall leer machen bevor du hinkommst ja aber es bringt es ja nicht mit dem paar Sachen die ich jemals ich bin nur im hin und her laufen du kannst ja auch mit dem Auto herkommen schon mal daran gedacht da ist ja auch noch mal sonst einfach irgendwas ab und dass du Platz hast solange wir noch Platz haben in der Scheune meine ich hatte ich nichts gesehen wobei ich mir nicht sicher war aber hier war auch sehr viel für euch drin oh ich hab den ersten Stern wieder da waren eben fünf Zombies drin aber irgendwie waren die dann weg als ich wieder kam von diesen meisten aber war nichts gelbes glaube ich drin hier ist nichts gelbes ne dann braucht der lassen mich gar nicht erst ja also ich bin gerade ich bin leer also ich könnte euch abholen und wir könnten da hoch fahren ja du musst erstmal alles aufräumen hier das ist so viel ich dachte da wäre doch nichts mehr jetzt hier ist nichts mehr für mich in der großen Scheune ist nichts hier ist noch überall gelb drin gewesen und in dem kleinen Häuschen ist noch alles also ist noch was gelbes ich weiß nicht in deinem Auto sitzt ein Geist echt? ja hat gerade die Tür zugeschlagen geil ne das ist automatisch ich hab Funkfernbedienung ich kann die von hier aus zumachen mit der Tür zu schlafen zu machen ja genau ich weiß mit der Verriegelung aber dass die Tür hat dann zu äh war mir neu du sammelst ja gar nichts ein ich wo ich seh hier nix ja das ganze Haus war hier eben voll also hier ist nix gelbes bei mir ich renne hier rum weil ich war hier ja schon drin auch ich hab das ja nicht mitgenommen ne hier war eben alles gelb in der Hütte also gelb und ein paar blaue hier ist zum Beispiel noch ein gelbes da in der Ecke ne in der Ecke wo ich immer noch hingucke ach das da ja das hab ich gar nicht da gelassen ich hab auch ne Schrot aber ich hab wenig Patronen dafür ne aber das ist ja eine der hier auf Distanz äh da hinten die kleine Hütte ist denn die da ich tu den mal hinten rein so ähm äh eins eine Sache vorne wo war denn so viel da stand zu viel ach so das war die eine Hütte da vorne ach so das war die eine Hütte da vorne ja die habe ich schon gelootet das ist schon weg genau da werde ich nämlich als erstes durchgekommen ich hab doch grad schon nie gehört oder nicht hier ist ein Benzinkanister wieder gewesen ja nur ist gut wir brauchen viele Benzinen ja komm weg das wird später noch schlimmer Na, ob ich wirklich mit euch zu spielen soll, so wie du fährst, ich weiß es ja nicht. Warte mal, wir könnten, habt ihr noch was zum wegbringen? Ja, klar. Das ist wieder ein Moon Quest. Ist ja witzig. Also, du wolltest jetzt zu dem Medizindenken? Ja. Ja, wir wollten nur eben leer machen. Ich hab dafür Zeug hier drin. Ach so, halt. Warte mal, wo ist das Lager jetzt drin, ne? Da muss ich noch eben, ich glaub, Lebensmittel reinmachen oder so. Ne, das ist kein Lager. Ist das hier in der Mitte? Krankenstation? Wo ist denn das Lager jetzt? Da. So, Lebensmittel hab ich gespendet, genau. Ey, machst du die Tür auch wieder zu? Nö. Oh. Was machst du denn? Ja, der ist sehr empfindlich. Wer schießt denn hier? Irgendwer ballert. Siehst du, die Tür ist nämlich jetzt wieder zu, wo wir gehen. Die ballern hier. Ja, lass dir mal ballern. Naja, ich lass ihn mal an. Die sollen doch nicht unsere ganze Munition verballern. Rechts ist noch einer gewesen. Aber fahr da nicht. Oh fuck, links ist der. Fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Rechts ist der, also nicht dahin. Ich möchte nämlich nicht schon wieder vergiftet werden hier im Auto. Den hättest du jetzt mitnehmen können. Ist das jetzt überhaupt noch richtig? Ne. Ja. Ja. Du fährst komplett zurück? Ja. Nein, ja. Ich nehme mir den zieg fest. Achso, es ist, warte mal. Achso, das ist das da. Boah, der ist explodiert. Ach, das war nicht nah genug. Oder war auch wieder zum explodieren. Rechts, rechts. Mit Ali. Ja, du läufst einfach durchs Fenster. Ich wollte das extra nicht machen. Ich habe wenigstens mit der Tür geknallt. Also hier kann man mit denen handeln, aber... Aber hier waren wir schon mal, oder? Das ist doch jedes... Nee, warum nicht? Aber Kaffee hat die? Doch, klar. Achso, mit Ali gesprochen. Du sollst ja mit Ali sprechen. Das ist der viele Ali da, genau. Doch klar, hier waren wir schon mal. Das wolltest du mal beanspruchen. Dann haben wir gesagt, nee, eigentlich ist es Blödsinn wegen den Punkten, weil wir den Funkturm beanspruchen wollen. Hier, wir sollen einen Plünderer vertreiben. Die greifen an. Irgendwie. Rechts kommen die. Oh ja, da kommen welche. Ich hoffe, die schießen nicht. Oh. Doch. Oh, ich bin im falschen Bildschirm. Mann, geh wieder zurück. Also hier kommen aber auch noch andere, ne? Nur ein Zombie. Ich will nicht mit dir verhandeln, Mann. Oh, noch ein Zombie. Und ein Plünderer. Also einen habe ich eben erschossen, aber... Ich habe den anderen erschossen. Da ist drinnen. Ja, hier ist immer noch irgendwas. Ach, da hinten. Oh, ich kann den looten. Geh doch mal weg da, du blöde Kuh. Oh, der hat einen Boyd schon. Und einen Rucksack. Ach, da hat er auf jeden Fall die Dings looten. Ja, wollte irgendwie nicht kommen, keine Ahnung. Können wir ja nicht looten. Nur du. Äh, echt? Auch den, den du erschaffst das nicht? Ja. Der liegt ja hier. Ist nix. Doch. Du musst nachher noch mit Ali sprechen, ne? Das kann nur daraus... Wir brauchen mal das Gleiche. Warte mal, kann ich... Oh, kann sie mir das... Moment. Ja, ich kann sie geben. Pass mal auf, ich gebe dir mal was. Ähm, ich gebe dir mal dieses... Das Gewehr hier. Äh, zum Schatten. Jetzt kling dir die Tür auf. Toll. Jetzt, wo ich hinten rumlaufe. Dann gebe ich dir den Rucksack, den Achter. Und, äh, es gibt noch irgendwie das. Ja, genau. Sprumm's hier. Vielleicht brauchst du den ja für irgendwas. Ein Bayonet ist doch... Zum Verteidigen. Das Problem ist, man kann den Rucksack, glaube ich, nicht wechseln, dann ist das Zeug irgendwie auch weg, ne? Irgendwie war das das so rum. Och, ich hab's gewechselt. Ging einwandfrei. Echt? Bist du jetzt tot hier? Ja, komisch. Ja. Ich hab die Tür aufgemacht, der kam nicht rein. Dann hab ich die Tür wieder zugemacht, bin nach vorne, wollte einmal rumlaufen. Und dann machen die Toten mittendrin die Tür auf. Mit Ali reden. Ja, warte mal. Ja, Ali ist irgendwie zufrieden mit uns vielleicht. Danke, das wird dann gut gewissen, dass wir ein paar Mediziner in die haben. Also wir haben jetzt mit dem... Komm doch einfach zu uns, wir haben ganz viel Platz. Und wir haben Kekse. Kannst du die nicht, äh, einladen, wie die anderen? Rekordieren? Ne, kann ich nicht. Ach doch, anwerben. Aber dann, dann muss ich 100 Dinger ausgeben für den Mediziner. Dann kann ich nicht anwerben. Dann mach das bloß nicht, sonst hätten wir ja jemanden der Medizin herstellt. Hey, was ist das? Das weißt du ja nicht. Du hast so viel Zeug gekauft, mit dem wir nichts anfangen können. Gut zu sehen, dass du dich anwerben kannst. Soll ich den mal anwerben? Ich sag mit Kaffeebohnen. Was denn da? Nimm die Tante hier. Die Ali, oder was? Delfiner. Ist doch ein schöner Name. Ach, die findest du schöner. Ja, nimm den Mediziner. Das ist doch... Oder ist die auch ein Mediziner? Die sind alle Mediziner, die drei. Ach so. Steht ja dabei. Ja, dann nehm ich Delfiner, die sieht wirklich besser aus. Die hab ich angewerbt. Dann kann's wieder. Was ist denn das hier? Hä? Was hab ich denn jetzt genommen? Die sitzt mit... Du hast einen Rucksack genommen, oder? Ja, aber ich hab keinen im Inventar. Nein, das ist so ein Peck. Ach, hier liegt auch noch einer. Warte mal, den kann ich auch noch looten. Da ist auch noch ein 8er Rucksack drin. Da seh ich nichts. Du greifst jetzt auf den Boden, da. Das ist doch nicht fett. Hä? Und ne Machete ist da noch drin. Nee, da war gar nichts. Kannst du zu sehen. Hast du... Hast du ein 8er Rucksack, sonst kann ich dir den geben. Ja, ich... Er hat einen 7er, dann kannst du ihm den geben. Nee, ich hab einen 8er. Nee, er hat jetzt auch einen 8er. Ach so. Ich hab zwei... Äh, drei Stück gekriegt. Wir haben alle einen. Ja, dann auf dem anderen könnte ich höchstens noch gebrauchen. Ach so, okay. Der hat nur einen 6er. Ja, gut. Nein. Also nimm den auf jeden Fall mit. Lass den jetzt nicht wieder... Hab ich mitgenommen. Ja, ja, hab ich mitgenommen. Ich überlege nur, ob ich den 6er hier wiegen. Was meinen über den brauche ich ja dann nicht mehr. Äh... Wir müssen wieder so ein Ziel von Munden machen. Und wir müssen mit Ottis darüber sprechen, der Gruppe etwas Munition zu geben unten. Ja, wir fahren erstmal. Oder? Also...